Fifi, Fifi, komm her! Es... Hä? Räume? Kommt mir gar nicht mehr klar! Pixel-Art... Ah, hier, hier, hier! Komm her! Komm her, Fifi, komm her! Will Mario sich das klauen? Guck mal, siehst du eigentlich auch hier das graue Komische? Komm her! Komm her! Komm her, ist es bei euch auch so komisch, auch hier vorne? Was? Du warst Banner hier? Ja, ja! Das ist graue, ja, ein Großballer! Weil ich weiß nicht, wie man das abbauen kann! Ab oberen Block! Hihihi! Ich hätte eh gehabt, dass wir für die... Also... So, äh, Jungs, ich hab keine Ahnung mehr! Ich hatte es nicht schlecht! Mario, komm her! Wir sagen, wir lassen sich jetzt hier sterben! Mario, komm her! Danke! Wollen wir wieder zurück? Ja! Und was sagt man dann, Herr? Ich hab das einfach gesagt! Nein, das hast du nicht gewendet! Das wurde nicht gewendet! Das wurde nicht gewendet! Entschuldigung! Das kam wirklich hier an! Entschuldigung! Was? Das musst du mit ganz viel Liebe und Inbrust machen! Brust! Ich danke dir, Chris! Vielen, vielen Dank! So nah! Lodge! Lodge! Ähm... Du hast keinen Dings gemacht, ne? Keinen... Äh... Keinen Marker gesetzt, ne? Zuhause jetzt nicht, aber ich hab ja die Karte aufgedeckt! Und ich weiß ungefähr die Richtung! Von daher alles easy! Easy? Genau! Von daher alles easy! Das sind nur 5.000 Meter! Was zur Hölle ist das? Ich will ein Biom! Was denn? Hier ist so ein, äh... VsBiom mit vier Bäumen! Achso! Sonst nichts! Guck doch mal hier! Warte mal, ich muss grad ein Ender-Ment töten! Ich führe uns zu Hause! Was denn? Änder-Männer haben die Eigenschaft sich zu teleportieren! Ja, aber... Töte mich! Ja, du wirst doch... Ach, der... Wo... Wo ist dein Forst-Biom? Da, wo ich bin! Bist du da? Dann musst du die Forst-Map auf... Scheiße, wo bist du? Da wirst du wohl hinkommen, wenn du wieder nach Hause gehst! Ganz in der Nähe der Menschen! Aber ist doch nicht jetzt nicht so spektakulär! Spektakulär! Das heißt, auf dieser kleinen Insel? Nein! Aber wenn ich jetzt hier so lade, ich sehe nur grau, wenn ich die Groß-Map öffne! Danke! Ah! Komm, Mario, wo bist du? Bist du schon auf dem Weg nach Hause? Jupp! Komm jetzt auch! Ach, bin gerade überholt! Stimmt gar nicht! Wohl! Ach verdammt, ich hab meinen Wolf vergessen! Egal! Der bewacht noch die... Ja! ...die Hütte! Mario und ich vergessen, dein Totem in meiner Hand zu halten! Okay! Ich werde sowieso nicht sterben! Bumm, tot! Ja! 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 Ne, ich nehm doch über das eh nicht zu mir an! Ich hab... Aber darf noch nicht! Kann man die Totem selber nicht herstellen, ne? Nein! Wär so cool! Das wär so cool! Das wär so cool! Ja, Mann! Ah! Oh, da kann man aus diesem Totem, kann man das in den Trank tun? Leider nicht! Das wär so richtig krass, wenn man das vervielfältigen könnte! Aber jetzt ist die Karte nutzlos, ne? Ja! Ja! Aber so als Erinnerung halt! Gibt's die anderen Leuten in der Hoffnung? Wart mal, aber für das Wasserbeam ist es dann genau so, auch so ein Wasser-Ding? Ja, genau! Äh, Michi? Wieso und du? Jucki, ich bin jetzt raus! Was hast du eigentlich gerade gemacht? Äh, noch ein bisschen angebaut, rote Beete und so! Jo! Michi? Ja? Du bleibst jetzt hier! Nein! Hey, ich bin ja bei euch! Ich musste nur noch zurückfahren können morgen früh, wenn der Bahn noch fertig ist! Michi? Ja! Du darfst hier! Okay! Bye, bye, bye! Du musst auch gar nicht gesehen, wie jetzt die Straße werde ich erst zu dem Dorf und... Äh, echt? Du kannst es doch schön... Also es ist nicht richtige Straße, es ist halt nur so ein Weg, der jetzt ein bisschen breiter wurde mit dem Pferd rumlaufen kann! Hier und da mal fucking! Ja! Ich werde vielleicht noch den nächsten Kiesweg da entbauen! Ich will jetzt halt, weil es so schöner ist! Treppen und so alles! Auch ausgeleuchtet! Ja, ja auch ausgeleuchtet! Nein! Aber wir müssen... Was ich jetzt... Was ich gleich jetzt noch machen werde, wenn wir zu Hause sind... Oh Gott! 3.000 Blöcke auf jeden Fall! Was... Also... 4.000 Blöcke sind wir fährt! Ähm... Kennst du den schon? Ja! Äh! Ja, ok! Dann kannst du auch sehr gut Schrott angeln! Wie viele... Schrottwichteln, ne? Ja! Schrottwichteln! Wie viele... Ähm... Knochen braucht es für ein gewinnig so'n Hund? Ist zufällig! Der hat jetzt grad fünf Knochen! Gestens ist immer noch nicht mein Freund! Ich hab keine Knochen mehr! Fixer! Bei mir war es mit drei! Die Freunde! Ihr seid auch schon am... äh... am Schwimmen, ne? Also am Rudern! Ne, ich lauf ganz schön! Ich lauf auch! Aber habt ihr denn gerade eben gerudert? Ne... Mir ist überall Festland! Der hat den Dreck weg! So... Wer? Oh! Das ist ein Soft-Pio! Slimes töten! Aber du hast auch Slimes gefangen... äh... gefunden mit ihm, oder? Oder war das Smaragde? Mann! Ne... Ich hab nur Smaragde gefunden! Okay... Ja... Ich hab's nur ganz kurz gesehen! Deshalb war ich mir nicht sicher, was du da gefangen hast! Oh! Ich hab hier ein Dorf gefunden! Wixer! Tja, ich hab halt doch die bessere Route erwischt! Nein! Weil ich... Bin jetzt beim Slime-Land! Wenn ich jetzt ein paar Slimes finde, hab ich die bessere Route! Wüßentempel! Wüßentempel! Weißt du, dass ich feiern würde, wenn ich das Wüßentempel jetzt nicht schon durchsucht hab? Oh! Sattel! Ja! Ich weiß nicht, dass jeder auf irgendwas schreit! Ich hab wirklich einen Satz gefunden! Ah ja! Boah! Abgegucken! Boah! Wie kriegt man eigentlich braune Farbe? Also außer irgendwo hinzuschweißen? Kakaoboden! Fuck! Und Chris, ich bin auch ne Sumpfbüon! Ähm, Mann, wo sind denn hier die Slimes? Das ist ein blauer Block! Die Slimes kommt doch auch am Tag über, ne? Nein! Die kommen nur nachts, die Slimes! In Sumpfen nur weinten Nacht! Fuck! Ich will euch jetzt nicht die ganze Nacht hier bleiben! Wenn wir mal die Stelle... Da hinten ist noch mehr Stahl! Gehen wir nach der hinten, wenn wir das nicht! Also... Markiere ich die Stelle? Sind ja nur 4.000 Meter bis zur Bibliothek, ey! Wie weit ist es bei mir noch? Ich kann es gerade gar nicht lesen! 3.900... Vielleicht bin ich immer nur so verrückt, wenn ich diese 4.000 Blöcke nach Hause gesehen habe! Stefan, auf was für ein Gebiet war da ein Dorf, was du gefunden hast? Plains! In der Nähe von einem Sumpfbüon? Ja! Ah, dann könnte das dasselbe hier sein! Ist bei dem Blacksmiths mit so ein Eisen im Chessplate und ein bisschen Obsidian? Mal gucken, wo der hier überhaupt ist! Und kein Sattel? Ja, ist das mein Dorf! Hier ist alles ein mega hoch gebaut! Äh... Chain... Ein paar Brote und Obsidian! Ja, nein, vielleicht! Was ist da da? Brote, Obsidian und, äh, so ein Eisen-Ding hier! Ja, ich glaube, ich bin im selben Dorf! Ja! Hallo Chris! Ich gehe weiter! Hey, das ist ein Pferd! Ah, ich bin kein Sattel! Ja, aber Mario, Stefan hat das Sattel! Ja, genau! Soll das Pferd töten? Einfach nur wegen dem Prinzip? Ja, weil du den Sattel hast und wie ein Pferd, aber wir geben sie nicht! Nein, Spaß! Ja, ich habe ja schon mein eigenes Pferd! Oh! Hast du denn hier irgendwas übrig gelassen oder hast du alles dazu? Alles meins! Er hat sein Revier schon markiert, Chris! Genau! Wenn du einfach nur so was du gesehen hast! Aber wenn du nochmal drüber pinkelt, dann ist es dein Revier! Dann gehört alles, was er aufgesammelt hat, auf einmal dir! Also sind wir jetzt nicht so unterschiedliche Wege gegangen? Nein! Dann haben wir alle drei, alle andere Wege und kommen alle im selben Dorf an! Und danach splitten sich die Wege erstmal wieder! Ja! Ja! Oh! Schlag zwei sogar! Also sind viele Pferde? Ich habe hier nur ein Pferd gesehen! Ah! Michiii! Ich wollte mal was testen! Achso, ja klar! Kann man was aus dem Chat rauskopieren? Nein! Geht das nicht? Etwas, was du selbst geschrieben hast? Aber warte, was ist nachts? Nee, was beim Server aufgeben wurde! Ich muss den Sumpf rein... Nein! Okay, Mario! Gehen wir jetzt Leibs jagen? Also, ich bin schon lange wieder weg! Okay! Ich komme noch mehrere Sumpf-Biomus! Hast du noch ein paar gefunden? Ich bin hier gerade in einem! Okay, dann löschen! Ich komme jetzt hier die Markierung erstmal weg! Das ist viel zu weit weg! Das ist viel zu weit weg! Also, ich habe hier noch eins gesehen! Also, ich habe hier noch eins gesehen! Ich habe hier noch einen blöden Slime-Typen! Oh, Michiii! Oh, Michiii! Oh, Michiii! Was ist denn? Das hat meistens mich hier damit irgendwas zu tun! Ja, bestimmt! Was ist das denn jetzt für ein Scheiß? Geh mal wieder hin! Geh mal kurz weg und wieder hin! Ach du Schüsse! Ach du Schüsse! Okay! Dann gehe ich hier auch noch herzlich mit dem Sch Gibbs. Oh, Langsam mal! Ich gebe jetzt mal alles! Ich schalte mein Licht bitte an! Juhuuu! Na wo sind denn hier Slime-Bloke? blöcke box endlich kommt über das offene Meer einstürzen Für Research Purpose. Okay, ich finde hier irgendwie kaum welche. Was findest du kaum welche? Limes. Kaum? Also hast du schon welche gefunden? Einen. Getötet auch? Oh, hier ist noch einer. Ich finde hier gar keiner. Doch, jetzt! Ähm, der hat aber nix gedroppt. Wir sind gedroppt, nicht immer was, ne? Nee. Okay, hier ist jetzt ein fetter Slime. Gut, ich bin raus. Macht's gut, Jungs. Okay, ciao, Michi. Juh, ciao. So, ein Michi. Ich hab jetzt sieben Slime-Balls. Ah, na, na, na. Ich hab jetzt was saubiges, was drauf ich ja komm, shit. 2 Slime-Balls. Ich mein, etwas, ne? Ja. Zusammen ist das Möllen schon mal ein Slime-Block. Alter. Komm, jetzt müssen wir noch ein paar mehr Slimes aufspawn. Acht Slime-Balls? Den Slime-Balls? Alter, töte ihn doch! 13. Äh, Skelette sind ja so ein... Oh, scheiße. Hey, was ist das? Oh, das ist ein großer, das ist ein großer. Oh, bei mir auch. Nein, das Creeper hat die explodiert, jetzt sind da keine getroppt. Das ist auch ne, wenn du Creeper explodiert, dann... Und die tötet, dann trocknen die nix, ne? Eigentlich schon. Doch? Okay, dann haben die generell... Aber ich trockne halt nicht immer was, ne? Alter, sind das viele Zombies hier. Nein, wir haben keine getroppt. Oh, doch, 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 das ist was anderes. Ja. Doch, ich hab jetzt 92. Ich hab's nur in die Ecke, ähm, ich hab's nicht gesehen. Okay. Ich hab schon 24. Immerhin draufsetzen, immerhin draufsetzen. Klar. Ich hab dich doch nicht gewinnen lassen. Okay, ich hab jetzt 45. Ja, da ist noch einer. Ich hab jetzt getroppt. Hurensohn. Wie viele Creeper müssen denn hier noch explodieren? Ich hab's nur noch ein paar Tage in der Vorbereitung. Nein. Nein! Was ist der denn? Ich will doch einfach nur, dass er diesen scheiß Creeper tötet. Komm schon, komm schon Creeper, komm schon. Jetzt, 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 komm schon, komm schon, komm schon. Ja! Schallplatte? Ja. Was wäre ich weg, was... Ach komm, ich schalte das Eis machen. Eine neue oder eine die du schon machst? Ja, eine neue. Drei verschiedene Stücks. Das ist ja echt... Qual, ne? Aber ich muss mir nämlich immer überlegen, wenn sie was Neues finden, was droppe ich jetzt, was droppe ich jetzt? Ja. Also für die Schallplatten muss einfach nur immer ein Skelett in Creeper ledigen und es kann immer wieder eine unterschiedliche Platte rauskommen. Ja. Okay. Muss aber nicht. Okay, ich habe jetzt 12, äh, Slime-Bots. Mal bloß. Ich habe 52. Ich muss euch jetzt mal ein bisschen heilen. Also langsam werde ich müde. Ich werde nicht schwach, Mario. Was? Ich werde nicht schwach, Mario. Ich werde nicht schwach. Was? Ich werde nicht schwach. Ist das eine Pistole? Ja. Die geht zum Toppen. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Äh, ja. Ja. Ach so, darfst du ruhen doch. So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja. Tanzverbot ist am Start. Zauern. Komm. Geil. Die Achterwanne geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Dimm, 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 dimm. Ähm. Das ist ja so schlimm. Der ist einfach so schlimm. Du bist dein Team. Oh, mein Gott. Such ein Schrank. Ach so, meine Güte.